Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus ist an deiner Seite. Er hat einen Weg für dich, wenn du auch vielleicht keinen siehst. Er lässt dich nicht im Stich. Er sieht dich und er hört dich. Ja, er lässt dich nicht im Stich. Darum wollen wir dir auch heute wieder Hoffnung machen. Hoffnung um 12, gerade für dich. Ist Gott für dich eine Annehmlichkeit? Lass uns ein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ist Gott für dich eine Annehmlichkeit? So wie kommt, trink mal eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee oder so wie ein Werbegeschenk, wo du dich freust. Ach, ist das schön. Ach, das gefällt mir jetzt aber ganz gut. Religion reduziert Gott auf eine bloße Annehmlichkeit. Und Religion meint eigentlich, wenn du in Schwierigkeiten bist, entstaube deinen Gott und ruf ihn an. Wenn du Gott entstauben musst zum Anrufen, hast du etwas falsch gemacht und hast dich großen Dingen eigentlich selber beraubt. Der Gedanke Gottes ist ganz anders. Er möchte mit dir leben, nicht einfach nur gerufen werden, wenn in Not oder irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen. Und er möchte sein Wesen in dir verwirklichen. Er möchte nicht, dass die Kirche und so weiter schön, dass man in die Kirche geht, aber er möchte die Kommunikation mit dir. Er möchte, dass du seinen Willen erkennst, nicht nur die Notrufnummer bist. Und er möchte, dass du den ewigen Gedanken begreifst, dass er dir pure Liebe sein möchte. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wirklich nicht eine Annehmlichkeit bist, die irgendwo ab und zu mal gut tut, sondern dass du der bist, der mit uns leben möchte. Jeden Tag, jeden Alltag. Ich danke dir dafür. Lass uns das praktizieren. Lass uns das üben, Herr, dass wir nicht nur zu dir kommen, wenn wir was brauchen, sondern mit dir leben. Danke. Amen. Amen. Und bevor wir Zeugnisse hören, möchten wir von Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns von einer Frau. Sie schreibt, mein Blutdruck ist trotz Medikamenten viel zu hoch. Ich habe auch noch eine schwere Schilddrüsenüberfunktion und noch eine Niereninsuffizienz. Mir geht es nicht gut. Ich danke für das Gebet. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so mit dem Blutdruck, mit den Nieren und mit der Schilddrüse zu tun hat. Danke, Jesus, dass du diese Organe wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung bringst, dass sie wieder ganz normal funktionieren. Du bist ein Gott, der heilt und dass dein Heilungsstrom jetzt gerade fließt, von Kopf bis Fuß zu dieser Frau und durch diese Frau. Danke, Jesus, dass du alles in Ordnung bringst und dass jede Zelle, die da nicht richtig funktioniert, in die richtige Schöpfungsfunktion hineinkommt. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut und das kannst du auch bei dieser Frau. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau hat Probleme nach einer Total-OP und sie schreibt folgendes. Ich bitte um Gebet für Heilung. Nachdem bei mir eine Total-OP wegen eines bösartigen Tumors im Eierstock durchgeführt wurde, habe ich Schwierigkeiten mit der Verdauung. Ich bitte um Gebet, dass der Herr die Ursache dessen heilt, sodass die Verdauung wieder funktioniert. Jesus, und genau dieses Anliegen bringen wir dir jetzt, dass dieser Darm wieder völlig in Ordnung kommt. Danke, dass du alles wieder herstellst in diesem Darm, was da in Unordnung ist oder was beschädigt ist oder was nicht richtig funktioniert. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt durch diesen Darm fließt und dass sie völlig gesund sein darf und in deiner Hand ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet. Wir beten gerne für dich. Um Prostata-Beschwerden geht es bei diesem Gebetsanliegen. Ich hatte letzte Woche einen akuten Harnstau wegen vergrößerter Prostata, möglicherweise Entzündung der Prostata. Schon seit einiger Zeit geht es mir nicht so gut. Ich war in meinem Leben schon viel krank und möchte endlich ein gesundes Leben führen. Ja, Herr, du siehst diesen Wunsch, ein gesundes Leben führen. Und menschlich würde man sagen, im Alter muss man mit klarkommen, aber wir dürfen auch im Alter zu dir kommen. Auch mit Altersbeschwerden oder was auch immer. Und so bringen wir dir auch, Herr, dieses Prostata-Leiden, Herr, diese Schmerzen, diese Entzündung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Entzündung weichen muss. In Jesu Namen beten wir dich, Vater im Himmel. Danke, dass dem Wunsch auch entsprochen wird. Nicht, weil wir es fordern sollen, müssen, dürfen. Nein, Herr, aus lauter Liebe. Herr, wir haben kein Anrecht, irgendwas zu fordern, aber aus lauter Liebe heile du diesen Mann. Danke. Amen. Und ein ganz anderes Problem hat dieser Mann, der um Gebet bittet. Finanziell wird es allmählich knapp, muss die Reserven anzapfen. Ich bete immer wieder darum, dass Gott mich in allem leitet. Bitte bete dafür, dass jetzt die Versorgung wirklich auch sichtbar wird. Ja, Herr, wir wollen auch hier ganz besonders in Finanzen um Weisheit beten, Herr. Weisheit für richtige Entscheidungen, Weisheit für Umgang mit dem Geld. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust, Herr, dass sich Türen öffnen, wo sie keine sehen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar die Lösung schenkst, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir auch mit dem zu dir kommen dürfen und freuen uns schon, bis wir das Zeugnis hören, wie du geholfen hast. Amen. Amen. Und Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott. Und das ist immer so wunderbar und so vielfältig. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir solche Zeugnisse bekommen. Und eine Frau schreibt, ein Heilungswunder in Bern empfangen bei unserem Gottesdienst im Juni. Heilung von OP-Narben. Ich hatte seit Wochen Magenschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und nicht wenig Bauchschmerzen nach den Mahlzeiten. Gott sei Lob und Dank, auch dieses Übel ist seit dem 24. Juni total verschwunden. Die Liebe Gottes, ich glaube, das ist das größte und beste Heilmittel auf der ganzen Erde. Auch euch allen, liebe Freunde vom Missionswerk Karlsruhe, nochmals ganz herzlichen Dank. Ja, das ist wirklich ein Heilmittel, die Liebe Gottes. Und von Gottes eingreifend schreibt diese Frau. Der Herr hat eingegriffen und tut Wunder. Mein Sohn ist wieder normal und ruhig geworden. Mein Ex-Mann, der palliativ betreut wurde, rief gestern an und jubelte. Der Palliativdienst ging wieder. Seit dem Wochenende ging es ihm so gut, dass er wieder kleine Hausarbeiten machen kann und er sogar in Begleitung in der Stadt war. Auch ich bekam wieder neue Kraft und verschiedene Situationen in meinem unmittelbaren Umfeld besserten sich. Ich fühle wieder Freude in mir. Danke für die Gebetsunterstützung. Und eine Frau erlebte zwei Heilungen und schreibt folgendes. Nach der Gebetsnacht im Oktober 2022 sind die Gallenkoligen weggeblieben und der Schlamm im Gallenblasengang laut Ultraschall verschwunden. Nach den Heilungstagen jetzt im März 2023 fand eine Blutstillung im Magen-Darm-Bereich statt. Ich danke Jesus für sein heilendes Eingreifen und euch von ganzem Herzen für eure treue Gebetsunterstützung um Heilung. Ganz großen Dank auch für euren Dienst durch das Fernsehen, im Magazin und den Briefen. Eine wichtige Ermutigung. Ja, und das liegt uns wirklich am Herzen, Menschen zu ermutigen. Und ein letztes Zeugnis. Mutter wieder aufgewacht nach Schlaganfall. Und die Tochter schreibt uns folgendes. Vor einiger Zeit bat ich sie um Gebetsunterstützung für meine Mutter nach Schlaganfall. Sie ist inzwischen aufgewacht und wurde auf die Normalstation verlegt. Der Arzt sagte zu mir, wer hätte nicht gedacht, dass sie sich so gut erholt. Ich danke dem Herrn für sein bisheriges Handeln. Ja, wie wunderbar. Wir haben wieder gesehen. Und wenn auch die Ärzte und die Mediziner meinen, es geht zu Ende, dann hat trotzdem Gott noch was mitzureden. Das Ende ist, wenn Gott redet. Und so schön, dass solche Leute dann wieder auf die Füße kommen. Was ist das für ein Wunder? Hast du ein Wunder erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden uns freuen, es hier vorlesen zu können. Ja, ist Gott für dich nur eine Annehmlichkeit? Oder ist es für dich dein Leben, ein Bestandteil deines Lebens? Beantworte dir selbst jetzt mal die Frage. Und wenn du sagst, naja, also irgendwo zwischendrin, ich sage, arbeite dran, dass Gott ein Bestandteil deines Lebens ist. Nicht irgendwo, dass du sagst, ich muss den ganzen Tag beten. Nein, nein. Gott geht mit dir an deine Arbeitsstelle, an den Herd, Autofahren, was auch immer. Gott geht mit dir. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und nächsten Sonntag kannst du wieder live im Gottesdienst mit dabei sein. Nächsten Sonntag, 10 Uhr, über Internet oder natürlich auch vor Ort, was natürlich immer besser ist, wenn du es einrichten kannst. Wir freuen uns auf dich. Und wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.